Willkommen zurück zu einem etwas anderen Video als sonst eigentlich gewohnt. Es ist schön, das mal wieder sagen zu können, denn es hat doch etwas auf sich warten lassen. Einer hat gehofft, endlich, das Real Life hat ihn gepackt und lässt ihn nicht mehr raus. Andere haben sich vielleicht gewundert, er hat doch immer großkotzig gesagt, wie ihm die Roleplays Spaß machen und jetzt kommt diesen Sonntag nichts, ohne dass er was vorher angekündigt hat. Komisch, komisch mit diesem Silo. Ne, es ist so, heute habe ich offiziell meinen Rechner zurück. Ich war zwar vorher wieder online, also ich hatte ein Ersatzgerät, ein Laptop, aber auf dem konnte ich natürlich keine Videos drehen oder besser gesagt, das lohnte sich in dem Sinne für mich nicht wirklich, weil ich dachte, ja komm, wenn du schon weg bist, dann bist du weg. Was ist denn eigentlich passiert? Also eigentlich ist es ganz komisch, mein PC hat sich irgendwann einfach aufgehängt und ich konnte halt das System nicht mehr booten. Keine Ahnung warum, habe das dann meinen Chefs des Vertrauens gegeben. Die haben sich den Rechner nochmal in aller Ruhe angeschaut und bei denen hat es ohne Probleme funktioniert. Die haben aber trotzdem nochmal alle Updates mal draufgeklatscht, den ein bisschen laufen lassen und sie meinten, der läuft, also sie müssen dann halt schauen, sie sind sich halt wirklich nicht sicher, was es ist, weil es hat kein Virus drauf und alle Teile innen drin funktionieren. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das doch einfach so, hinterfragen das nicht, freuen uns, dass der Rechner wieder da ist und man musste nichts deinstallieren, weil wenn man das hätte machen müssen, dann wäre ich beim nächsten, wo ich jetzt zu reden komme, nämlich diese Woche werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, nochmal was aufzunehmen. Wir werden es mal sehen, ob ich am Freitag nochmal Zeit finde. Denn, um jetzt nochmal auf das, was ich vorher gesagt habe, zurückzukommen, ich hatte ja ein Part Oblivion fertig geschnitten gehabt, noch am Freitag und am Samstag hätte ich ihn, also am Sonntag hätte ich ihn dann nur rendern müssen, aber vor zwei Wochen konnte ich halt nicht mehr auf mein System drauf. Und das wäre dann natürlich auch verloren gewesen, weil das Backup damals, das war gerade in vollem Gange und das wurde ja dann abgebrochen. Ja, und das wäre halt verloren gewesen, aber da ich ja keine Daten verloren habe und alles da ist und im Moment zu funktionieren scheint, nehmen wir das mal und freuen uns darüber. Deswegen kann ich am Sonntag ohne Probleme den nächsten Part Oblivion hochladen. Part 26 kommt dann halt einfach verspätet. Ja, und ja, so ist das halt. Da kann man nicht viel machen, gibt es halt. Oder war es nur eine Woche, wo ich nicht online war? Egal, es ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, es waren zwei Wochen. Jedenfalls ist es so, dass ich dann, wie gesagt, das schon mal hochladen werde und schaue, ob ich am Freitag oder so, oder dann nächste Woche kann ich dann nochmal die zwei anderen Projekte, also zwei anderen, die drei anderen Battle Dreams habe ich ja noch ein paar. Der wurde ja zum Glück auch jetzt gerettet und hat noch die Pokémon Parts. Wie gesagt, ich muss mal schauen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass alles funktioniert. Falls es, ich kann das hier schon mal vorwarnen, falls ich wieder etwas länger weg sein sollte, dann ist das wieder, ihr wisst, dann ist irgendwas mit meinem Rechner nicht in Ordnung. Aber wir wollen den Teufel ja nicht an die Wand malen, sondern freue mich drüber, dass es im Moment alles zu laufen scheint. Also der hat ihn ja auch heute Morgen gebraucht und er lief jetzt den ganzen Tag. Also schon mal mehr als da, als ich ihn letztes Mal, bevor er mich verabschiedet hatte. Aber man weiß es halt nicht. Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass es ein bisschen was mit der Reinigung des Rechners zu tun hatte, weil das war ziemlich verstaubt und ja, Windows Updates, man weiß es ja nie. Ich kann das natürlich nicht sagen. Ich verstehe dann zu wenig von PCs. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass sich alles wieder einfängt. Wir nehmen jetzt einfach jeden Tag als Geschenk. Der Rechner läuft, lernt man die Technik mal wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Sonst nimmt man sie ja immer als selbstverständlich an. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt nochmal viel Spaß. Also viel Spaß, ist ja nichts Neues, außer das Video, wo man meine wunderschöne Stimme hört. Hust, hust. Und dann am Sonntag geht es weiter auf dem Kanal, falls, wie gesagt, der Rechner standhält, was ich hoffe. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos, Let's Plays oder wo auch immer. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.